The Green Mile – Sustainability in the Mais Industry Walk on the Green Mile Nachhaltigkeit in der Maisbranche Die Green Mile ist eine Fachveranstaltung für Veranstaltungsplanerinnen und Veranstaltungsplaner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die internationale Veranstaltungen aller Art organisieren und ihren Fokus und Wert auf nachhaltig umweltschonende Mittel und Maßnahmen bei ihren Planungen legen. Die Fachveranstaltung, an der zahlreiche internationale Anbieterinnen und Anbieter von nachhaltigen Services, Produkten, Lösungen und Angeboten teilnehmen, präsentiert konkrete Lösungen und vorhandene Angebote. Die Green Mile ist maximal praxisorientiert und nicht theoretisch erklärend, wie man vielleicht nachhaltigere Events und Incentives planen könnte. Bei der Green Mile geht es sehr konkret darum, wie man nachhaltigere Veranstaltungen umsetzt. Das macht den Unterschied zu den theoretisch orientierten Veranstaltungen zu diesem Thema. Die Selektion der Ausstellerinnen und Aussteller basiert daher auf deren konkreten und vorhandenen Angeboten, Werkzeugen und Ideen, um Veranstaltungsplanerinnen und Veranstaltungsplaner eine nachhaltigere Umsetzung ihrer Veranstaltungen zu ermöglichen und sie dabei optimal zu unterstützen. Durch die Teilnahme internationaler Ausstellerinnen und Aussteller ermöglicht die Green Mile den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Blick über den heimischen Tellerrand hin zu weltweiten Lösungen und Angeboten für nachhaltige Veranstaltungsplanungen. Die Green Mile findet vom 11. bis 13. Mai 2023 in Kopenhagen statt. Die Green Mile informiert und inspiriert Veranstaltungsplanerinnen und Veranstaltungsplaner über zahlreiche Möglichkeiten zur nachhaltigen Optimierung ihrer künftigen Eventplanungen. Die Fachveranstaltung bezieht die Stadt Kopenhagen mit ein und ermöglicht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern so auch zahlreiche Site-Inspections vor Ort. Das Green Mile Event ist eine exklusive Veranstaltung mit einem einzigartigen Rahmenprogramm zu den Themen nachhaltiger Veranstaltungsplanungen. Die Unterbringung der Ausstellerinnen und Aussteller, Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie die Fachveranstaltungen finden auf höchstem Niveau statt. Die Unterbringung der Aussteller, Teilnehmern und Teilnehmern und Teilnehmern sowie die Fachveranstaltungen finden auf höchstem Niveau statt.